und Go Willkommen zu im Logistikprojekt Auf der Karte Ende vom Marsch Mit meinem lieben Gamer Moin Fabi Hallöchen Ja 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 Jo 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 So 5 von 18 Dann haben wir noch 13 Bahnen Da 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 Ja Bist gleich fertig mit Gras oder? Ja Äh Taupfi Mh 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 Also was bist du dran? Gerade am Körper weg waren Achso Mh müssen wir Dinkel Guck ich Warte Mh Die 71 muss zum Getreidehantel Mh 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 Ja, abfahren. Wolfe. Da, da. Oh, favorentes. geht aber gar nicht wofür lohnzahlung das cp lohn an oder was er dann würde eigentlich mehr geld abgezogen werden wird vielleicht am helfer angekommen dann wird sie jetzt auch schon wieder die zahl runterlaufen sehen ja ja so so da hier gibt es stroh für den komposten alles gut Ah, dann darf ich ja direkt weitermachen, stimmt. So, machen wir so, Leute. Ich glaube, das sind Völler, weil ich fahre mit jeden Silo eigentlich zum Komposter fährst. Jaja, safe. Nein, ich fahre jeden Ladewagen einzeln zum Komposter. Schau machen. Dann viel Spaß haben. Ich bin wieso nur einer, der wahrscheinlich dahin kann. So. Yeah. Ja, nachher können wir ja bis Oktober durchwohnen. Oder nicht? Ja. Ich werde gucken, Leute, in der Folge das fertig zu machen. Und wenn nicht... Fung auf screen. Ich möchte euch ja nicht mehr 20 mal zeigen, wie geht's dreschen. Vielleicht in der Sojabohnen weiter. Aber da kann jemand anderes übernehmen. Ah ja. Jetzt ist nach einem Feld schon wieder gut, ne? Ja, ein Feld ist sie ja auch nicht klein. Wow. Beim Drillen habe ich alle Felder angesehen. Das stimmt. So. Und... Beim Dreschen hat auch bisher... Oh, sie hat ein Jahr gemacht. Ich habe ein Jahr komplett gedroschen. Ich kann schon weiter dreschen, das ist kein Ding. Also... Ein Feld geht noch. Das kleine nämlich. Alles gut. Äh... Äh... Wenn jemand Zeit hat, äh... Nachher gerne kurz, äh... Abladen. Bin ja immer in. Nicht gerade jetzt, muss nicht sein, aber... Nachher. Jo. Mach ich, wenn ich dann umsetze. Wäre ja nicht doof. Wenn ich die umsetze, umsetze. Jetzt soll mal mal hoch sind... Jetzt haben wir nur noch... Wenn sieht man hier durch, elf Bahnen, oder? Ich weiß... Ich weiß nicht nur noch zehn. Weil du die letzte Bahn schon gemacht hast. Ne, ne, ich hab 18 im Ganzen. Ich bin jetzt auf der sechsten. Gehe jetzt gleich auf die siebte. Dann hab ich noch elf. Ja. Die Bahnen sind hier unendlich lang. Jo... Ja, genau. Das ist jetzt schon... Und zwar sind noch kleine Felder. Ja, das ist so ein Gefühl. So das Driftfellste... Äh... Die kleine Felder. Die sind einfach. Ja, also... Äh... Ich seh... Ich seh uns... Dass wir hier ein Mod drauf nehmen. 9RX, Leute. 9RX? Nein. Heißt du nicht so? X9. Nee, X9. Ja, stimmt, 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 stimmt. Gibt's ja nicht hier im Standard-Game, oder? Doch. Doch. X9 gibt's als Standard-Game, und 9RX gibt's auch als Standard. Ist nicht denn der größte Drescher? Ja, ist X9 der größte, ja. Ja. 14, kann man noch was Meter, oder wie war das, ne? Ja, ich glaub 15,2 in echt. Aber was sind die Serie jetzt jetzt? 13, 15,2, ja. 15,2, ey. Na gut, haben wir später safe. Ein oder zwei Stück von. Ja? Wäre ja nicht doof. Später läuft das dann aber Autodrive. Hm. Vermutlich schon. Hä? Vermutlich schon, ja. So. Ab einer bestimmten Größe machen wir die Autodrive-Begrenzung dann raus. Ja, dann nehmen wir's nicht direkt. Zumindest. Kriegt jeder Mensch einen Autodrive-Fahrer. Jede Produktion einen. Das wär eigentlich auch... Aber das wär schon fast overpowered, wenn wir sagen würden, pro Produktion einen. Also ich kann noch einmal reinladen, also kein, äh, Angst, Fabi. Fabi? Ja, ich fall jetzt einfach weg. Du, du musst, äh... Du musst mal gucken, weil der Dräischer steht schon wieder. Ja, der Aussie ist unterwegs. Ah! Okay. Ja, ich dachte... Merch auch nix. Aber unbedingt ist der Inspektor, man guckt, und du seid drauf. Ja, ja, stimmt. Das ist aber wirklich... Wir haben, äh, ja. Der Maier tut's schon ein bisschen schwer beim Anfahren mit den zwei vollen Mulden. Oder nicht mal vollen Mulden. Ja, ja, das ist aber... Alter, 65.000 total Hafer schon. also wenn bin ich mit dieser bahn fertig immer ein müde wenn ich mit dieser bahn fertig das sind auch zehn bahn oder wir haben aber schon 70.000 länder wenn bin ich mit dieser bahn fertig fast officer können sich bitte aufstellen ich bitte sie das überhaupt nicht gut welche getan haben ja nicht ganz ja jetzt mal gucken was eine bahn so gibt theoretisch durch die lenkachse und generell durch die größe würde der besser hinter dem anpassen aber die ladegröße ist halt blöd ja ja aber ich meine von der größe her generell so ich finde die lk richtig scheiße jetzt fahren das ist so was habe ich gerade vorhin gemerkt weil er einfach zu leicht ist hinten oder eine komische höhe hat vom ankuppeln her genau so die ersten trailer sind im silo das ist schon mal geil aber das größte problem kommt eigentlich gleich erst so äh ach ne wir haben gar keine zwiebeln mehr das geht ja dann ne ne das ist so ich wollte sagen wenn ich jetzt das stroh reinfahre dann kommt wieder das problem dass du äh dass wir voll sind aber kannst du den hinter mich stellen hier auf der bahn wo ich jetzt gerade zresche kann ich kurz abladen und ja ja ein bisschen weiter rüber wenn es geht ich könnte ja ich könnte eigentlich ein bisschen weiter rechts ne warum soll ich denn weiter rechts stellen dann kann ich aber gleich die schwarze wegsammeln ah ja aber du ja genau du kannst ja noch nicht wieder die schwarze ran bevor macht es hier schon wieder voll ne du auf den letzten Wetter machst du noch nicht mehr voll ja aber wir haben doch noch keinmal weggefahren bis jetzt nein hab vergessen zu gucken so ich fahr' gar schon mal eine Mulde hoch zum Kompass an Stroh oh nix achja ich will ja nichts sagen Mhhhhh Wer ist am Essen? Albein oder was? Ne 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 hallo? achso Oh, ich bin am Essen, aber ich esse so leise, das hört mich niemand. Junge, Junge. So. Oh, ne, Stroh. Hast du da gar nicht reingefahren, oder was? Ne, ne, ich hab noch gar keinen Wagen. Also, ja, danke! Ach, Gott. Das erste Brötchen hat man nicht gehört, was ich gegessen hab. So ein Ding ist das. Da hab ich jetzt gedacht, okay, brauchst dich nicht muten, und genau da ist so eine knusprige Stelle. Aber hab ich nicht vorhin gehört, wo bin ich auf die Toilette? Hab ich nicht gehört, dass hat jemand gesagt, ich geh mir was zu essen holen? Ossi, ja. Ossi hat das gesagt, und ich hab gesagt, ich geh nur auf die Toilette. Aber ich war ein Beides. Ossi hat das schon fertig gegessen gehabt, wie du kamst, oder? Ah, so ein Fixer bist du. Ja, ist halt ein Junge als so ein kleiner. Was ist denn? So, Stroh ist topfies, halb voll, okay. Deswegen muss ich ein bisschen warten. Hast du den Schafen gegeben? Nee. Was? Den Schafen, Gras zu geben. Nee. Ist alles da reingeschmissen und dann zum Schafen schau nichts, was wir prösen. Warum? Die Schafe sind doch noch fast voll. Ja, und du kannst ja theoretisch rausnehmen. Warte. 400 Liter nehmen, ne? Du kannst ja zum Fermenter fahren, da rausholen und dann wieder da rüber kippen. Ja. Ungefähr, ja. 2,6, leider. Ach, ist ja gut. Du wirst dich nicht schon. Wobei, ich glaub, mit den 100.000 Litern, die da drin sind, kommen die auch im Moment aus. Wenn wir auf 4,6 kommen? Nee. Ich nicht. Ja? Doch, 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 doch. Locker diesen. Vielleicht noch nicht mal. Du. Oh, süße. Dankeschön, Aussie. Dankeschön. Doch, wie kann es einer dann anscheinend? Ich kann wetten. Er kommt immer noch da lang. Ja, safe. Aber was ich jetzt wetten kann, dass ein Rohr zu lang ist. Jaaaa. Nee, das Schleifwerk ist schon ein bisschen sehr breiter, so. Nicht unbedingt. Ich könnte gleich gerade so aufgehen. Ja, ich könnte wirklich so gerade aufgehen. Äh. Na gut. Warum hab I? 6. Haben wir schon. Das ist ja knapp verschätzt, ja? Dass du diese Folge fertig bist, wie im Feld? Ja, nee. Wird nicht. Wird die nächste Folge, was? Ja. Glaube ich nicht an das nächste Folge damit fertig wird. Wollen wir mal doch auf. Ja. 6, 4, okay. Boah. Das heißt, wir haben 3,8 schon. Oh, ich komm nicht mal einmal rund. Ja. 10,4, ja? 27,jäg 2,4. Himi. Der Hecier ist ganz schön abgehoben. Ich krieg gleich seinen ersten Ladewagen. Endlich! Du bist schon 0,4 Stunden drauf gefahren hier, der Schlepper Hast du eigentlich, oder hab ich? Du? Nee Nee, warte mal, die erste war ich, die zweite warst du, die dritte war ich, nee, du bist Ich Gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Wenn du die Folge von alles gerne einen Daumen hoch Schaut auf jeden Fall, ist zum nächsten Mal vorbei Bis dann, komm auf Nacht wieder, tschau Tschüss, Leute